Das ist der wahre Grund, weshalb Rudi Czerne 2002 die Sendung, Aktenzeichen XY, ungelöst, übernahm. Rudi Czerne, er war Sportreporter mit Leib und Seele. Er war Sportreporter mit Leib und Seele. Rudi Czerne, damals 42, berichtete im Juli 2001 gerade über die Tour de France. Als er einen Anruf erhielt, aus Mainz von ZDF-Fernsehspielchef Hans Janke. Es ging um die Sendung, Aktenzeichen XY, ungelöst. Man suchte einen neuen Moderator für das Format, in dem ungeklärte Straftaten mithilfe von Zuschauerhinweisen aufgeklärt werden sollen. Und man konnte sich Rudi Czerne gut in dieser Rolle vorstellen. Auf der einen Seite freute sich der frühere Eiskunstlaufprofi über das Angebot, auf der anderen Seite wieder nicht. Er brauchte Bedenkzeit. Die Sendung stand unter Beobachtung, die Quoten waren rückläufig. Ich dachte mir, wenn die Sendung eingestellt wird, und ich bin derjenige, der sie an die Wand gefahren hat, wird das an mir haften bleiben, erklärte er. Vorgeschlagen hatte ihn Eduard Zimmermann selbst, der Erfinder des Formats. Rudi Czerne, er sagte zu mir, ich glaube, sie haben eine unaufgeregte und angenehme Art, mit diesen haarsträubenden Kriminalfällen umzugehen. Rudi Czerne, dieses Schicksal machte ihn fassungslos. Doch Rudi Czerne war nicht davon überzeugt. Aber dann musste er immer wieder an das furchtbare Schicksal der kleinen Julia denken. Das gerade ganz Deutschland fassungslos machte. Am frühen Abend des 29. Juni 2001, ein Freitag, war das achtjährige Mädchen aus der hessischen Gemeinde Biberthal verschwunden. Zuletzt wurde das Kind um 18 Uhr nahe des Sportplatzes gesehen. Rund 2000 Einsatzkräfte durchsuchten in vier Tagen 30 Quadratkilometer Wald und Wiesen. Erfolglos! Am späten Abend des 3. Juli. Es war der folgende Dienstag, meldete ein Radfahrer einen brennenden Holzstoß in einem Waldstück etwa 50 Kilometer entfernt. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr Reste eines Leichnams. Es war Julia. Der Fall führte zur wohl aufwendigsten Fahndung der hessischen Nachkriegsgeschichte. Das Schicksal des Kindes ließ Rudi Czerne nicht mehr los. Das hat mich sehr erschüttert, sagte er. Am 13. Juli 2001 wurde der Fall bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Über 100 Hinweise gingen ein, da saß Rudi Czerne selbst noch vor dem Bildschirm. Als Täter wurde schnell der 33 Jahre alte Thorsten V. aus Julias Nachbarschaft ermittelt. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.